Das Topfspiel am sechsten Spieltag ist die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und der Frankfurter Eintracht. Erster gegen Zweiten, die Bayern haben unter der Woche in der Champions League bei Aston Villa gegen Aston Villa verloren mit einem 1-0. Das war eine bittere, bittere Niederlage. Der Spielverlauf hat anderes hergegeben, hätte anderes hergegeben. Bayern ja auch davor in der Bundesliga nur unentschieden im Topfspiel gegen Bayer Leverkusen gespielt. Mit dementsprechendem Sieg wieder auf dem Plan. Die Frankfurter auf Platz 2, weil die einfach eine sehr, sehr, sehr starke Saison bisher spielen. Und da kann man nicht mehr zu sagen. Stehen auf Platz 2, nur ein Spiel verloren. Ansonsten stehen die richtig, richtig gut da. Das Spiel war auch gegen Borussia Dortmund. Das darf man auch verlieren. Abgesehen davon vier Siege geholt in den Spielen bisher. Der FC Bayern München mit zwei Änderungen im Vergleich zum letzten Spiel. Thomas Müller kommt auf der 10er-Position dran in die Startelf. Er setzt den verletzten Jamal Musiala, der jetzt auch da schon das letzte Spiel erst pausieren musste und nur 45 Minuten gespielt hat. Und für Konrad Leimer rückt hinten rechts wieder Raphael Guerreiro rein, der da auch gegen Leverkusen vorher gespielt hat. Der FC Bayern München hat in der Anfangsphase direkt mal richtig guten Druck gemacht und sehr, sehr offensiv gespielt. Das Spiel sehr viel Power nach vorne gestaltet. Offensiv Fußball gespielt. Und einfach viele, viele Meter nach vorne gemacht auf das Tor von Eintracht Frankfurt. Und in der 10. Minute haben wir dann die erste richtig, richtig gute Chance von Serge Gnabry. Der flankt auf Thomas Müller, der den Ball aus der Drehung mit einem Kontakt noch annehmen kann. Beziehungsweise nicht annehmen kann, sondern direkt aufs Tor bringt. Der Ball da allerdings nicht reingegangen. Der Torwart Santos, der Schlussmann, Kauas Santos, der Schlussmann, der Frankfurter überragendes Spiel gemacht. Nicht nur in dieser Szene, sondern über das ganze Spiel war er der Rückhalt für die Frankfurter. Aber diese ersten 10 Minuten waren auch bei Ersten Willer sehr gut vom FC Bayern. Sollte sich in dieser Partie aber tatsächlich weiter durchziehen. Es waren immer wieder die Möglichkeiten für den FC Bayern München. Auch in der 14. Minute, da ist es Michael Olysee, der aus 16, 17 Metern einen überragenden Schlenzer hat. Von der halbrechten Position ins lange Eck. Da steht allerdings auch wieder der Schlussmann Santos dabei, der diesen Schuss entschärfen kann. Aus der daraus folgenden Ecke kann der FC Bayern München allerdings Kapital schlagen. Und zwar wird die Ecke früh ausgeführt, beziehungsweise schnell ausgeführt. Am zweiten Pfosten kriegt Thomas Müller den Ball, weil der über alle drüber hinweg segelt. Müller nimmt den Ball an, sieht im Rückraum, zwei Meter hinter ihm den freistehen Min Jae, spielt den Ball hin. Und dann ist es Min Jae Kim, der nach 15 Minuten hier das 1 zu 0 in dieser Partie gegen die Frankfurter erzielt. Also die hochverdiente Führung zu diesem Zeitpunkt für die Bayern, die bis zu diesem Punkt im Spiel 84% Ballbesitz haben. Also richtig, richtig heftig und bis dahin auch defensiv noch so überhaupt nichts zugelassen haben. Allerdings kam die Antwort der Frankfurter gar nicht so schnell danach. Beziehungsweise ganz schön schnell danach, gar nicht so lange danach. 22. Minute ist es Omar Mamouch, der hier auf 1 zu 1 schraubt das Ergebnis. Aus dem Nichts ist es auf einmal die Frankfurter Eintracht, die einen Konter nach vorne spielt, weil die Bayern einfach sehr, sehr offensiv verteidigen. Bayern spielt hinten wirklich 1 gegen 1. Jetzt Upamecano und Min Jae spielen gegen Omar Mamouch und Hugo Ekitike, Ekitike, so rum, die hier die beiden Offensivspieler für die Frankfurter waren im 4-4-2-System, die vorne eben die Sturmspitzen waren. Und wenn du so offensiv verteidigst, dann kann das schief gehen. Und dann ist es eben der Ball in die Tiefe und Omar Mamouch ist nicht ohne Grund der Top-Torschütze der Liga, läuft auf Manuel Neuer zu und sieht dann aber auch den freien Raum neben ihm, kann das Laufduell gegen Rafael Grego gewinnen und den Ball im Endeffekt an Manuel Neuer vorbeischieben. Also der erste Schuss der Frankfurter führt hier auch mal direkt zum Ausgleich 1 zu 1. Die Bayern ab dahin wieder, nicht ab dahin, die Bayern durchgehend dominant gewesen, durchgehend das bessere Team, machen hier durchgehend mehr Meter und haben in der 30. Minute auch wieder eine richtig, richtig gute Chance. Thomas Müller ist es da wieder, der einen guten Stellpass im Strafraum verwerten kann. Allerdings wieder Kawa Santosh, der Schlussmann da. Wir schreiben die 35. Spielminute. Der FC Bayern München wieder vorne offensiv am Start. Die Bayern wieder komplett aufgerückt, aber wieder Kontermöglichkeit für die Frankfurter. Diesmal ist es Hugo Ekitike, der den Ball von Omar Mamouch durchgesteckt bekommt, nachdem Upamecano ihn nicht verteidigt bekommt. Dann läuft er im Laufduell gegen Minjai Kim. Der Winkel wird immer kürzer zum Tor und die Distanz immer kürzer. Und dann kommt er von der halbrechten Position im Strafraum und schließt unten rechts ins Eck ab. Unhaltbar. Für Manuel Neuer an der Stelle auch ein sehr, sehr starker Abschluss. Und auf einmal, aus dem Nix mit den ersten beiden Abschüssen, führt Eintracht Frankfurt hier 2 zu 1 gegen einen viel, viel besseren und sehr dominanten FC Bayern. Aber auch die Bayern lassen das nicht lange auf sich sitzen. Mit der nächsten Möglichkeit gibt es einen Eckball. Und der wird dieses Mal wieder schnell ausgeführt. Kane spielt den Ball kurz auf Serge Gnabry. Der Eckball ist von der linken Seite am Strafraum. Er läuft, bietet sich dann Kane an, aber auch Joshua Kimmich. Beide Frankfurter machen diesen Weg zu. Serge Gnabry kann dadurch in die Mitte ziehen, ins Zentrum vom Strafraum, über die Grundlinie, bringt den Ball in den Rückraum. Der wird erst rumgestochert. Der Abschluss von Odisee wird geblockt. Und dann ist es Dario Upamecano, der hier in der 38. Minute auf 2 zu 2 ausdeicht. Das Ergebnis auf 2 zu 2 schraubt. Ein guter Abschluss von Upamecano. Bringt den Ball ins Tor. Und dann sind es unsere beiden Innenverteidiger, die hier tatsächlich treffen in dieser Partie. Das war es dann. Thomas Müller hat noch einen weiteren Konter unterbunden. Hat es eine gelbe Karte gegeben nach 44 Minuten. Der FC Bayern München beendet diese erste Halbzeit mit 79% Ballbesitz und 13 zu 3 Torschüssen. Einen Torschuss von Etiquité noch, habe ich euch vorenthalten, weil das war halt einfach alles andere als ein gefährlicher Abschluss. Der FC Bayern München kommt mit Power aus der Halbzeitpause mit Druck in den zweiten Durchgang rein. Und auch da dauert es gar nicht lange, bis wir die nächste richtig gute Möglichkeit haben. Und zwar in der 53. Minute. Denn da ist es Michael Ollisee, der das Ergebnis auf 3 zu 2 für den FC Bayern München schraubt. Also 5 Tore nach 53 Minuten. Dieses Mal ist es Raphael Guerreiro, der den Ball in den Strafraum spielt. Harry Kane legt ihn mit dem Außenriss weiter auf Michael Ollisee, der den Ball mit ein bisschen Glück durch die Beine vom eingewechselten Moderhut kriegt. Und dann sind das 10, 15, 13, 14 Meter eher im Strafraum aus einer relativ zentralen Position. Er schlenzt den Ball mit seinem starken linken Fuß links ins Eck. Und der FC Bayern München führt ein sehr, sehr schönes Tor vom FC Bayern München. Sehr, sehr schönes Tor mal wieder von Michael Ollisee. Drei Minuten später bringt Kimmich einen Freischuss aus einem spitzen Winkel aufs Tor. Und das wäre beinahe die 4 zu 2 Führung hier für den FC Bayern München gewesen. Eine sehr, sehr gute Chance. Aber wieder ist es Kawa Santos, der Schlussmann, der den Ball im Tor hält. Danach wurde es etwas weniger mit den Torchancen, mit den richtig guten Möglichkeiten beim FC Bayern. Aber auch für die Frankfurter kam nichts. Dina Ebimbe wurde nach 66 Minuten für E-Ki-Ti-Ki eingewechselt. Kane kam dann, musste raus nach 71 Minuten. Dafür kam Matisse Tell. Und dann ist es direkt. Nach einer Minute, 72. Macht Matisse Tell hier beinahe das 4 zu 2. Macht beinahe den Sack zu mit dem Führungstreffer. Allerdings trifft er den Ball, setzt er den Ball am zweiten Pfosten knapp daneben. 77. Minute. Die nächste Riesenmöglichkeit für den FC Bayern München. Diesmal ist es Kingsley Coman. Der den Ball auf der linken Seite bekommt. Einfach mal Meter macht, bis er relativ zentral vor dem Strafraum steht. Und auch da einen Abschluss aufs Tor bringt. Sehr schöner Schlenzer ins lange Eck. Aber auch da ist Santos, der Schlussmann, wieder da. Auf einmal dann in der 84. Minute die Riesenmöglichkeit für die Frankfurter Eintracht zum 3 zu 3. Christensen, der über das ganze Spiel übertrieben die Probleme auf der linken Seite hatte. Gegen Davis, also auf der rechten der Frankfurt, auf der linken der Bayern. Gegen Davis, gegen Coman, gegen Serge Gnabry. Bricht hier auf einmal auf der rechten Seite durch, auf der Frankfurter rechten Seite. Und sieht am langen Pfosten Dina Ebimbe, der uns beim Hinspiel letztes Jahr, was auch in Frankfurt war, richtig Probleme gemacht hat, der da der Man of the Match war. Aber der verpasst diesen Ball allerdings. Und den hätte er machen müssen. Und wer so einen Ball eben verpasst, da hast du es eigentlich nicht verdient, das Spiel noch zu gewinnen. Bayern wechselt dreifach in der 90. Minute. Leimer, Palinja und Diakon, Upamecano, Pavlovic und den so überragenden Michael Ollizé. Der beste Mann der Bayern wird damit ausgewechselt. Und dann ist es die 94. Spielminute. Wieder eine Aktion aus dem Nix. Aus dem Nix. Minjew verteidigt offensiv. Der Abpraller landet, wie bei den beiden vorherigen Toren, auch wieder perfekt auf dem Fuß der Frankfurter. Wirklich, die hatten hier ein Mordsglück, dass die diese Bälle noch so passend bekommen. Und das bei allen Toren. Der Ball springt super. Ebimbe verlängert den Ball. Schmeißt ihn mit seinem ganzen Körper gegen Leimer in das Duell rein. Und dann läuft Umama Mushi auf den Torwart zu, auf Manuel Neuer. Und trifft aus einer halbrechten Position unten links ins Eck. Verwandelt den Ball, zieht das Trikot aus, kriegt eine gelbe Karte dafür. Das Tor wird überprüft, weil es vorher ein Handspiel gab. Die Szene wurde nicht vom Schiedsler selber angeschaut. Und im Fernsehen auch nicht gezeigt. Das mal nur so als kleine Side-Info. Dementsprechend 3 zu 3. 90 plus 7. Es gab 6 Minuten obendrauf, was ich auch ein bisschen viel fand. Aber es gibt nochmal die Chance für die Bayern. 97. Minute Freistoß und aus Spitzenwinkel kommt Thomas Müller nochmal an den Ball. Aber kann den nur an den Pfosten setzen. Damit ist das Spiel zu Ende. Der FC Bayern München trennt sich bei Frankfurt mit einem 3 zu 3. Hat damit zwei Punkte verloren. Man wollte sicherlich wieder gewinnen. Die Tabelle sieht damit dementsprechend nach diesem Tag so aus. Bayern 14 Punkte. Zuletzt zwei Unentschieden. Seit drei Spielen ohne Sieg. Die ersten Hater würden wahrscheinlich schon wieder von einer Krise sprechen. Bayern seit zwei Spielen ohne Sieg. Dahinter RB Leipzig, Frankfurt auf Platz 3. Das erste Unentschieden für die Frankfurter in dieser Saison. Leverkusen auf 5. Freiburg auf der 4. Dortmund auf der 7. und die Stuttgarter, die jetzt gleich noch spielen. Das war sie jetzt schon spielen auf Tabellenplatz Nummer 8, Freunde. Das war es also mit diesem Video. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Schreibt deine Meinung zum Spiel unbedingt in den Kommentaren. Denn ich finde, der FC Bayern macht hier ein sehr, sehr gutes Spiel. Aber kassiert halt wieder diese dummen und unglücklichen Gegentore. Von daher, Freunde, lasst mich gerne wissen, was ihr im Chat zu diesem Spiel sagt. Abonniert den Kanal. Checkt noch ein anderes Video ab. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.